Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einem kleinen Infovideo. Ähm, beachtet mal gerade bitte nicht den Hintergrund, das ist einfach nur, hat es gerade angeboten, dass ich das hier aufnehme. Hat gerade Langeweile, wollen wir mal so Sky Factory testen, auf jeden Fall. Morgen, und zwar der 16.11.2014, würde ich dann, wie schon in meinem Display angesprochen, ein Livestream machen, als kleiner Ersatz dafür, dass in dieser Woche ein paar wenig Folgen kam. Hatte teilweise noch was zu tun und jetzt geht es mir wieder langsam. Also, naja, zeitlich besser, so drücke ich es mal aus. Und da ich ja in letzter Zeit wirklich ein paar Tage keine Folge hatte, wollte ich dann wirklich mal wieder ein Livestream machen. Ich würde dann was in meinem Singleplayer-Map von TechWord 2 weitermachen. Vielleicht so ein, zwei Stunden schon und vielleicht mal schauen, ob ich mich hinterher noch motivieren könnte, auf irgendein Minecraft-Server dann nochmal ein bisschen was an Survival-Games oder sowas zocken. Mal schauen, ob ich da noch Motivation drauf habe. Aber, ich würde sagen, morgen 16 Uhr, äh, 15 Uhr, am 16.11.2014. Kanal ist in der Videobeschreibung. Und ich hoffe, ihr erscheint alle und da hat man gerade mein Facebook gehört. Das war jetzt wieder sowas von typisch. Auf jeden Fall, bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal.